Ja, hallo meine lieben Freestyle-Freunde, wie geht's euch heute? Part 1 von meiner neuen Staffel Freestyle-Jungs. Ja, heute geht's natürlich ein bisschen um Hip-Hop. Luca, wie heißt du? Weg! Ja, und heute geht's ein bisschen um... Da war gerade ein Junge irgendwie, der hat mich gerade voll gelabert. Mir ist gerade leid, das ist jetzt ein bisschen Störung. Ja, und jetzt gibt's ein bisschen Freestyle-Fußballen, wie immer wollt ihr doch. Und los geht's hier. Natürlich für euch. Scheiße. So, wer hat das jetzt gerade nicht gelungen? So, es geht los mit Finten. Wir fangen an mit der Finte und dem Übersteiger. Los geht's. Los geht's hier. Finten und übersteigen. Versuch 1. Übersteiger. Los geht's hier. So, wir haben ein paar Gegner hier auch. Üb! 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 Steht mal ganz kurz gelächelt, da. So. Steht mal ganz kurz. So. So. So, jetzt geht's los mit der Finte. Also ist es da mit dem Übersteiger. So, ich gucke mal. Ich gucke mal, ich gucke mal in die Kamera. So. 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 So, ich gucke mal. Und los geht's hier. Das ist eine menschliche Puppe. Tut mir leid. Und los geht's. Und habt ihr gesehen, wie ich da vorbeigegangen bin? Ist mal ganz leicht. Ist ganz leicht. Ich guck mir mal. Weiter geht's. Oh, das ist voll dreckig. Ja, ihr könnt mich natürlich auf meinen YouTube-Kanal suchen. Aber ich würd mich abonnieren, meinetwegen. Lukas Möller, ich will ja nicht so arrogant klingen. Aber ich hätte gern ein paar Abonnenten. Hab noch nicht viele, vielleicht ein oder zwei. Ich bin grad neu in YouTube, wurde zu großen Abonnenten. Und mach jetzt auch meine Serien. Bald tue ich auch FIFA Ultimate Team reinstellen. Für euch Let's Play. Und hoffentlich werde ich mit euch auch ein bisschen was durchstehen. Ja? Dann hoffen wir auch, dass wir weiterhin auch coole Folgen haben. Jetzt geht erstmal. Nachher kommt erstmal noch Part 2. Ich glaub, wir werden gleich untereinander wegmachen. Aber wir sehen uns dann nachher, oder? Hau da rein, meine Kumpels! Und dann geht's. Und dann geht's.